Diesen Monat erklären wir Krieg, Attacke! Krieg gegen Langeweile, bewaffnet mit großen Abenteuern, knallharter Action und unserem Geburtstagskind, Spongebob. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh oh! Es gibt keinen besseren Weg, den Sommer zu begrüßen. Es gibt nur eine Regel in diesem Dschungel. Wenn der Löwe Hunger hat, dann frisst er. Wo bist du? Zeig dich! Oh mein Gott. Muss das jetzt sein? Die Juli-Highlights. Jetzt in ihrer A1-Vidiothek. Willkommen bei der Townsend Agency. Wir existieren, weil die traditionelle Strafverfolgung nicht mehr mithält. Ihr seid also Lady-Spione? Jane war beim MI6. Sabina arbeitet direkt am Mann. Bringt sie zum Schrank, stattet sie mit allem aus. Wir brauchen Perücken, Spielzeuge. Frech! Outfits. Oh mein Gott. Drei Enkel für Charlie. Ab sofort verfügbar in der A1-Vidiothek. Jede Zivilisation wurde auf dem Rücken entbehrlicher Arbeitskräfte erbaut. Replikanten sind die Zukunft, aber ich kann nur eine beschränkte Anzahl machen. Ich habe das Schloss und er hat den Schlüssel. Ich denke, ich habe ihn gefunden. Wenn das rauskommt, haben wir uns einen Krieg eingehandelt. Bring ihn zu mir. Das zerstört die Welt. Wo steckt er? Blade Runner 2049. Jetzt in ihrer A1-Vidiothek. Es war einmal ein junger, dummer Drache. Der einen weisen und gerissenen Löwen aufsuchte, um dessen Jagdrevier zu kaufen. Der Löwe hatte aber kein Interesse und sagte zum Drachen, verpiss dich. Doch der Drache wollte nicht gehen. Hoppala. Da ist deine Botschaft versteckt. Vielleicht kannst du sie mir erklären. Der Junge beerbt den Alten. Dann viel Vergnügen. Häng, 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 häng. Es gibt nur eine Regel in diesem Dschungel. Wenn der Löwe Hunger hat, dann frisst er. The Gentleman. Jetzt in ihrer A1-Vidiothek. Wer diesen Juli auf Action setzt... Lauf! ...wird in der A1-Vidiothek nicht enttäuscht. Das wird ein Abenteuer. Ladies first. Hier mischen starke Frauen die Welt für uns auf. Nur die stärksten von uns wären dazu in der Lage. Es gibt absolut keinen Grund zur Besorgnis. Schon gar nicht, wenn es um die zauberhaften Geschichten J.K. Rowlings geht. Wow. Die erfolgreichste Autorin der Welt feiert diesen Monat ihren 55. Geburtstag. Eines ist ganz klar. Wir haben Großes zu erwarten. Action und Magie. Die perfekte Kombination. Diesen Juli in ihrer A1-Vidiothek. Sommer. Sonne. Super Filme. Ja, Baby! Im Sommer 2020 gibt's 20 Filme. Für jeweils nur einen Cent. Oh Mann. Mach dich auf was gefasst. Ob große Emotionen, explosive Action oder Filme für die ganze Familie. In der A1-Vidiothek ist für jeden was dabei. Und das für nur einen Cent pro Film. Wunderschön. Die 1-Cent-Sommeraktion. Jetzt in ihrer A1-Vidiothek. 21.475 Euro. Die 1-Cent-Sommeraktion. 709 Euro. 13 Cent. Und 53.143 Euro. Hier würde ich unseren Finanzvorstand, Herrn Müller, reinbitten. Spektakulärer Auftritt von Herrn Müller. Herr Mayer, muss durch den Tisch. Ein Freiflug für Herrn Mayer. Und der Klausi alle. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Und der Müller, der freut sich darüber. Und der Neuer hat Feierabend. Und wir haben auch Feierabend. Die Sitzung ist beendet. Das Leben ist besser mit Wrestling. Und Wrestling ist besser mit AEW. All Elite Wrestling Dynamite. Die brandneue Wrestling Liga auf TNT Serie. Jeden Freitag um 21.45 Uhr. Nur auf TNT Serie. Und dein Alltag hat Pause. 17 in Zeile 7.